Ich habe 1998 im New Yorker einen Artikel von Andrew Solomon gelesen, wo er seine Erlebnisse und seine Erfahrungen mit seiner eigenen Depression beschreibt und die Hölle, durch die er gegangen ist, beschreibt und die er überlebt hat, um von ihr zu berichten. Und ich hatte bis dato noch nie dergleichen gelesen oder gehört, mit so viel fundiertem Wissen, mit so viel Hintergrundinformation, was Medikamente anbelangt und was dieses persönliche Schicksal betrifft. Und ich war davon extrem beeindruckt. Und das hat mich zurückgeführt zu, ich hatte selber erlebt, dass meine älteste Freundin sich umgebracht hat 1995 und das war drei Jahre später. Und fiel in meiner Gedanken dazu, dass ich dachte, hätte ich mehr gewusst, hätte ich irgendwas machen können, hat irgendwas gefehlt. Also das, was man sich immer fragt, was man vielleicht auch nicht beantworten kann oder vielleicht hätte ich es ja auch nicht retten können. Aber man ist natürlich immer davon motiviert, dass man denkt, man hätte ihr irgendwie noch helfen müssen und hätte sie vielleicht doch retten können.